Junge Menschen, die kriegten ja nicht nur einen Kopf oder Herzschuss, die waren ja zerfetzt manchmal. Aber man musste also dir der Erste Hilfe leisten. Und das nimmt einen mit. Und dann nicht helfen können. Man sieht, da ist nichts mehr. Aber man kann nicht helfen. Das macht einen verrückt. Im Winter habe ich mit einem anderen Kameraden zusammen etwa eine Woche lang Tag und Nacht in einem Schützenloch bei 22 Grad Kälte zubringen müssen. Das war sehr hart. Aus allem drum und dran. Aber das war es nicht. Was mich kaputt gemacht hat, war mit 18, 19 Jahren das Erleben des Verreckens. Man war sich völlig im Klaren. Alle. Auch ich selbst. 50% Wahrscheinlichkeit, den krieg zu überleben. Von diesem 50% Wahrscheinlichkeit, noch einmal 50% Wahrscheinlichkeit, ist er in einigermaßen brauchbar überlebt. Nicht als Krüppel. Das waren keine guten Aussichten. Aber es gab keine Alternative dazu. Das war immer. Mittal ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017